Jo Leute und damit Willkommen wieder zurück zu Sparks Challenge Mit Flash Immer noch mit dem Knallkopf von nebenan, der gar nichts kann Doch Und zwar mit dem Spawner gefunden, toll Ja und? EP Farm Oh toll Dann hol ich mir wieder Level 30 Na Schneekolem, wo bist du denn hin? Also hier ist eine Schnee-Spur zu Ende Wahrscheinlich hätte ein Zombie ihn gekillt oder so Naja Oder ein Skelett Heißig drauf Ach Musikspiele anmachen, ich vergesse das jedes Mal Boah das ist eine andere Musik, ich kann nicht hören So Bam 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 Einfach mal den Knopf drauf rumdrücken Komm natürlich jetzt So zack 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 Komm ich denn schnellst nach oben Ich will mal den Eisen-Kolem behalten Deswegen spere ich ihn ein Du hast es gut jetzt Den mach ich aber auch gleich sofort wenn ich Eisen geschmelze Das war sowieso mein nächstes Ziel Das war so, so, so So Dann springt, setzen und da bist du der Eisen-Kolem Zack Nächste Aufgabe gelöst Das war jetzt Folge 20 ne? Bei dir Ja Bei dir 20, bei mir 19 Ähm Eisen-Kolem, da 20 Zack Wasser einmal hin Okay, es wird schon wieder dunkel, cool Komm schlafen Ich bin aus dem Bett gefahren, weil die Öfen über mir sind Hehehe Aber so nah ist das doch gar nicht Du hast doch genügend Platz frei Ach egal, vielleicht weil die zu nah am Bett vorne stehen Ja Ich muss die Kühe füttern Oder die Kühe mal rauslocken und ein extra Gehege machen Kleines Suchtgehege raus machen Warum, was brauchst du denn auch Bücher? Ja Hey du hast doch Dörfer gefunden, hast du ja die Bücherregel nie abgeklopft Da gab's keine Oh Hehehe Ist natürlich ärgerlich, ne? Ja Du kannst mich mal, ich weiß Barsch mich nicht immer Was fehlt dir noch? Zuckerrohr oder Leder allgemein? Leder Ja Korrohr hab ich gepflanzt Geh doch einfach mal drum herum und äh such doch einfach mal Will ich aber nicht Nur so als Tipp Dafür hab ich die Kühe Ah Habe ich mir auch gedacht Aber dann Ja aber Ne Ich geh dann lieber Farm Unten Und versuch noch Diamanten zu finden und so Weswegen So Will ich nicht Hallo Creeper Ja geh in der Luft Ach wow Wo bin ich denn hier rausgekommen bei meinem Portal? Huiuiui Ich muss mir nochmal nen Gatter bauen Oh ich weiß was ich mit Redstone mache Einfach mit Ich weiß was ich gleich mache Ich nehm Ich hab ja noch mein ähm TNT Sprengen? Gehst du ja immer ne Runde sprengen oder was? Einfach ne Runde wegspringen unten alles Ne ich mach jetzt mal gleich so ne Mini Farm auf jeden Fall noch Immer so gezielte Sprengungen machen Schön gezielte Sprengung Guten Tag die Herren So Weizen 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 Lücken gehen Aber Aber Ist gut Oh das ist ja fast alles reif Cool Einfach nur die ganze Zeit irgendwas anderes machen und dann geht das ganz schnell reif Ja Brauchst du nicht wirklich knacken dafür Nein Bald hab ich mein ganzes Feld voll endlich Naja deswegen Hast du schon dein ganzes Feld voll? Was? Weizenfeld Ja Ja ich hab diese Vorgabe dafür ne Ja aber ich hab das noch nicht komplett alles gepflanzt Also so ein Weizenfeld komplett hab ich klar Ja 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 Ich noch nicht Aber Da steht ja Bau nur ein 9x9 Weizenfeld Naja ein 3x3 ist das glaub ich nur ne 9x9 So Lo 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 Fuck Ja Das geht ja Wir haben irgendwie voll übers Wasser gelaufen H ahah Mit Huh Komm raus Coo Nein, geh zu Komm mit Coo Och Die Diamanten ey Die tu ich auf jeden Fall sicher irgendwo hin hier Ey du dämliche Coo Komm her Die Coo ist nicht dämlich Sie denkt nur anders Tja Also wie du, ne? Hallo? Hallo? Denk normal. Nö. Ey, ihr scheiß Schafe, verpisst euch, weg da. Maut ab. Für Whetstone hab ich nur noch sieben Stück. Boah ey, verpisst dich, du scheiß Schaf. Wird doch noch aggro hier. Nein, Schaf, du bleibst drin. Bleib drin, hab ich gesagt. Komm, Kuh, mu 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 mu. Ich brauch nur eine Kuh noch. Rauszuholen. Das reicht nämlich schon vollkommen. Ah, dann kann ich killen. Nein, Schaf, du bleibst drin. Komm mit, Kuh. Komm, komm, komm. Bei Fuß. Und dicht. Yay. Kuh, komm. Komm mit. Komm. Komm rein. Komm bei Fuß. Ey, hier geblieben. Komm. Komm. Rein da, rein da. Komm, komm, komm. So dicht. Zack, zack. Und jetzt wieder raus hier. Zwölf. Zwölf. Das kommt mit. Kommt. Einfach mal vom Gatter weglocken. Ach. Ach. Warum mache ich mir das so umständlich? Ich kann ja so reinspringen. Für Schlachten. So, ich hab ja drin noch welche. Sack. Hä, ich häng hier fest. Warum häng ich da eben fest? Willst du mich verarschen? Ich doch nicht. Sack. Na, das Pferd springt irgendwie ein beklopptes hin und her. Wie du da rum springst. Das ist gar nicht lustig. Verdammt. Ich dachte. Du kannst mich beleidigen. Du kannst mich beleidigen. Denk nicht so viel. Verdammt. Denken ist nicht gut für dich. Okay, das reicht. Zwei, drei, vier. Zack. So. Zwei, zwei, zwei. Zwei, 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 zwei. Zwei, zwei, zwei. Zwei, 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 zwei. Wir müssen das Fleisch reinschmeißen zu braten. Achja. So ist das, ne? So ist das. Kartoffeln ernten. Kartoffeln ernten. Ach. Ich wollte gerade mit der gebratenen Kartoffel wieder pflanzen Vielleicht hat er irgendwas zu sagen Nö Lieber nicht, ne? Nö, nö Äh, ja 8 Minuten, toll So viel Zeit verschwinden Komm mal mit, TNT Nimm, geh da nicht, TNT Tu es nicht Doch, tu es doch Wie er selbst ein Schaden Hat Weiß, und? Lass dich nicht von ihm beirren Er wird dich versuchen Was soll ich denn sonst mit dem TNT machen? Wiss ich nicht, Unsinn Mach ich doch, so war auch schon Mach einfach Blackies, äh Mach einfach, zünd einfach einen New York Ja, ja Hm, ist klar Motto ist ja nicht erlaubt Einziges ist ja auch Glaub die fallen aber, funktioniert ja nicht Oh Wollt jetzt einen Keks haben Komm, kommen wir mal hier hin Nein, eins reicht Ah Bumm Zack Voll hier, ähm Gravit mit runter geht Oh, wir wissen Nein, 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 nein Einfach mal hier rein Graben Zack, zack Dringung So, essen habe ich auf jeden Fall genug mit Bäm Bäm Cool, XB Hier habe ich mir nicht Kohle freigesprengt Schwein, wie bist du da rausgekommen? Ehrlich, das bringt schon Spaß Spaß muss sein Weißt du, dass ich jetzt versuche Einen Golem zu bekämpfen? Boah, ich habe 24 Stück jetzt dann noch Hacke wieder mit einem zusammen Bäm, Bäm Okay Einfach mal ein bisschen was freispringen So, wie viele Blöcke waren das denn? Vier, genau Oh Zähnter, waren das vier Blöcke? Was? Vier Blöcke waren im Iron Iron Man Ja Okay Boah, ist das gerade windig Lässt du den freilaufen? Ne, ich habe den eingesperrt, habe ich doch gesagt Ja, da kommt der bei meinen Kühen hin So, so, so Oh, Sprengung Geh mal ein bisschen weiter, David Simsalamim Ei, Hohlen Golem Nächstes Ziel Wo ist es denn? Hey, Redstone freigelegt Ah, da ist er 27 Ach ja Du siehst ein bisschen beknattert aus, aber das ist jetzt Ich habe so ein bisschen Redstone gerade freigelegt Verrückter Ja, wieso nicht? Und 18 Level habe ich schon wieder Cool Und, wen interessiert es? Dech bestimmt Nö Komm, ich mache meine Eisenrüstung wieder Bäm, Bäm, Bäm Boah, ich habe schon wieder voll so ein Loch freigelegt Ein Eisenrüssi Ach ja Hoffentlich gehst du da bei so einer Sprengung mal drauf Nö, nö, passiert schon nicht Das brauche ich nicht mehr hier Den nehme ich als Ersatz alles mit So Zack Zack Eisen lässt sich unten finden Ab wieder in die Höhle Ach, nicht, ich wollte noch Bäm, Bäm, Bäm Bäm, Bäm Ich finde unten ja kein Holz Ach ja Deswegen muss ich noch Holzfarmen Musste Ja, ich will mir ein paar Leitern machen Oh Leicht Leitern Der macht mich so geil Seid so sexy, Leitern Zum Glück habe ich keine Lava vorigesprengt Schade Am besten so komplett über deinen Kopf alles Damit du nicht abhauen kannst Hm, ist klar Ne, ich wurde ja mal nur weit rein Und dann tue ich die rein Ich habe mal ein Stück noch Die verballere ich jetzt alle noch Ach, schon irgendwie Langeweile Wo hast du die denn? Hast du geköftet oder was? Äh War weg hier Ach so Äh, Lava freigesprengt Ich habe doch die ganzen Festungen gefunden gehabt Ach so, da war das Sonnerwatt Ja, ja Okay Ist doch normal Nö, nicht dass ich Ach ja, du hast ja keine Ahnung Ha 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 Du wirst noch heulen, ey Du wirst noch heulen Wieso? Am besten gewinnst du das hier nicht Ach, gewinnt ja eh keiner Nö, ist nicht Aber von uns beiden Hoffentlich gewinnst du nicht Ich bin besser als du Ja, oder? Ja Ja Hö, 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 Hö Gar keine Fakten mehr mit beiden Sehe ich gerade So, das sollte eigentlich für die Inselleitern reichen Trololololololololololololololololololololololololololol UR Au 비슷 Wo ist er? Ich hab ihn gehört Dann jetzt Wo ist denn was denn der rausgegangen Chaos Enderman Enderfan Er ist ein Enderfan Ich hab so kreuz und kürgel gespringt gerade Wer kommt da angeschwebt? Der Enderman Bring ihn um Level 25 So Was nehme ich denn noch mit? Achja Achso, ich wollte ja noch wenigstens Wasser einmal wieder auffüllen Oh, guck mal auf die Zeit Ja Deswegen würde ich sagen, ich liege jetzt im Bett Stehe jetzt so unterauf Und werde noch mehr was zu essen schnappen Ja So Und ich würde sagen, ich gehe hier raus Ja Wir bedanken uns fürs zugucken und bis zum nächsten Mal Tschau tschau Tschüss Und ich gehe hier raus Jetzt habe ich die Zeit